Braucht WePlay überhaupt eine Einleitung? Ich bin mir sicher, dass fast jeder von euch dieses Spiel kennt. Es haben sich immerhin anscheinend 28 Millionen Leute WePlay gekauft. Ich war keiner dieser Leute. Ich hatte wohl nie zu den coolen Kids gehört und hatte statt WePlay dementsprechend bloß Mario Galaxy und dementsprechend auch Geschmack, ihr WePlay lose. Wobei man aber sagen muss, dass ich das Spiel höchstwahrscheinlich nur so oft verkauft hatte, da eine zusätzliche Wii-Filmbedienung diesem Spiel oft beigelegt wurde und zudem auch nur minimal teurer als eine Wii-Mode ohne Spiel war. Aber dann stellt sich die Frage, war WePlay überhaupt wirklich gut? Ist es bloß eine Art Tech-Demo, um zu zeigen, was die Wii-Mode am Anfang der Wii so alles theoretisch drauf hätte? Oder kann man mit WePlay tatsächlich seinen Spaß haben? Lasst uns einfach mal in die Zeit zurückreisen, um genau das herauszufinden. Ach ja, ich hatte das Spiel ja gar nicht. WePlay also. Mann, das wirft echt Erinnerungen zurück. Ich erinnere mich noch voll dran, dass ich es super cool fand, dass man mit seinem Mii im Hauptmenü interagieren kann, indem man auf verschiedene Körperteile klickt. Ich muss schon sagen, die Wii-Mode ist echt revolutionär. Woran ich mich jedoch nicht erinnern kann, sind die Mii im Hintergrund, die dir... Die hält in deiner Seel nicht da. Aber gut, wir sind ja für die Spiele da. Hoffe ich zumindest. Daher schauen wir uns einfach mal das erste dieser neuen Spiele an, und zwar schützenfest. Naja. Was erwartet ihr von einem der ersten Wii-Spiele? Es macht auch vollkommen Sinn, zum Beginn der Wii-Ära genau so ein Spiel einzubauen. Hätte mich ehrlich gesagt gewundert, wenn nicht. Und das Spiel ist auch irgendwie ganz süß gemacht. Es gibt Dosen, die immer wieder nach unten fallen. Tontauben, die immer weiter in den Hintergrund tragen. Ufos, die dich entfüllen, weshalb du nie wieder auf die Erde zurückkehren wirst. Und hey, als Referenz zu Duck Hunt wurden sogar die Enten eingebaut. Treffer. Nur wahre Meisterschützen haben damals bei den Enten den Doppelschuss im Wii-Play geschafft. Ist ja kein Problem für jemanden wie mich. Ich bin nicht wirklich gut in dem Spiel. Doch, haltet mich für absolut irre. Aber ich habe mich spontan mal dazu entschieden, den Wii-Sepaard dafür auszuprobieren. Und mein mittelmäßiges Gameplay wurde plötzlich absolut gottgleich. Oh yeah, Plastikmüll für Polt doch noch zu was Gutem. Und ewiger Jungfräulichkeit. Als nächstes kommt Mie-Gewimmel. Man muss immer eine bestimmte Art von Mie aus einer Menge heraussuchen, die sich den anderen unterscheidet. Oder man muss einen Doppelgänger finden. Und Junge, das wird nach 5 Level langweilig. Immerhin erinnert es mich daran, wie hässlich einige der von Nintendo erstellten Mies eigentlich sein können. Der Name Wii-Gewimmel macht zwar Sinn. Ich meine, das ist auf jeden Fall ein Gewimmel aus Mies. So viel steht für One. Aber gegen den englischen Namen, also Find Me, stinkt er halt schon hart ab. Selbst der Titel des Spiels an sich ist ja so eine kleine Art Wortspiel. Wiiplay, was labern die? Spiel das doch alleine. Hey Tischtennis, das könnte ziemlich spaßig werden. Vielleicht so ein bisschen wie der Tennis-Modus aus Wii Sport. Ja, du weißt, dass du kein unbedingt spaßiges Spiel erstellt hast, wenn die größte Challenge daraus besteht, den Arm lang genug oben zu halten. Und der Treffer zu landen ist hier eben auch viel zu einfach. Ich hab das in meinem First Try hinbekommen. Ich seh da echt nicht die Schwierigkeit hintermessen. Das nächste Spiel heißt im Englischen Pose Me, was wieder mal ein raffiniertes, kleines Wortspiel ist. Ich bin mir auch sicher, dass das deutsche Übersetzungsteam für Wii Plays sich einen ähnlichen Spaß bei der Namensgebung erlaubt hat. Me-Posen-Spiel. Wir sind deutsch. In Deutschland darf man keinen Spaß haben. Drei verschiedene Me-Posen, die man richtig herum in die Form einfügen muss. Aber dass du ja nicht eine Blase diese untere Leiste dort berühren lässt. Wie oft will ich diesen unkreativen Joke eigentlich noch bringen? Das würde aber eh nicht so oft passieren. Das Spiel ist wirklich verdammt einfach. Wow, 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 wow. Ach ja, was geht eigentlich mit den Hintergründen in dem Spiel ab? Warum sind da einfach nur Stockfotos? Na gut, das nächste Spiel kann ja nur besser werden. Laser Hockey. Zwei Minuten zum Siegen. In Laser Hockey. Fordere deine Freunde heraus in Laser Hockey. Wie, du hast keine Freunde? Na dann besiegt doch den CPU in Laser Hockey. Ja, könnt ihr euch Air Hockey mit mittelmäßiger Bewegungssteuerung vorstellen? Weil genau das ist Laser Hockey. Ist ja gut, mein Gott. Bei Spiel Nummer 6 handelt es sich um Billard. Irgendwas ist hieran seltsam. Dieser Spielmodus ist tatsächlich nicht allzu komplex und lässt sich eigentlich ganz simpel in ein paar wenigen Worten erklären. Das ist Billard. Alter, Angeln aus WePlay. Darüber habe ich immer ganz viel Positives gehört, sodass einige dieses Minispiel sogar als das Highlight aus ganz WePlay bezeichnen, weil es für einige einfach so super entspannt und spaßig sein soll. Angeln macht absolut keinen Spaß. Was labert ihr? Ich fühle mich da ein bisschen alleine, um ehrlich zu sein, aber super viele Leute lieben Angel-Minispiele, während diese für mich immer nur frustrierend und nervig waren. Besonders in Ocarina of Time fand ich das Angeln immer wirklich grauenvoll. Und als Angeln dann als Bonus in Majora's Mask 3D eingeführt wurde, war die Freude zwar allgemein ziemlich groß, aber bei mir... Und das Angeln aus WePlay, es steuert sich leider einfach absolut nicht gut. Es tut mir wirklich leid an alle Fans dieses Minispiels, aber meins ist es wirklich absolut nicht. Das hilft mir jetzt auch nicht weiter, denn es gibt genau zwei Dinge, die eine YouTube-Karriere komplett vernichten können. Das eine davon ist ein Fake-Outing und das andere ist das Nicht-Mögen von WeAngeln aus WePlay. Ey, also habe ich jetzt nicht mehr allzu viel Zeit, bevor die WePlay-Angel-Fanbase vor meiner Haustür auf... Fuck. Was willst du? Deine Videos sind scheiße. Warum? Fick dich. Fick du dich doch. Was beleidigst du deine Fans? Du bist doch gar kein Fan. Und was ist jetzt das nächste Spiel? Wilde Kuh. Was beleidigst du deine Fans? Du bist doch gar kein Fan. Fick dich. Spiel ist... Okay. Man rennt eben auf einer Kuh bis zum Ziel und muss auf dem Weg Hindernissen ausweichen und Vogelscheuchen treffen. Das war's eigentlich. Ist leider das Spiel mit dem wohl geringsten Wiederspielwert, was super schade ist, da es eigentlich das coolste sein sollte, da man auf einer fucking Kuh reitet. Fällig anders ist aber das neunte und somit auch letzte Minispiel, was wohl auch der Hauptgrund dafür ist, dass sich Leute überhaupt an WePlay zurückerinnern. Selbstverständlich rede ich hierbei von WeTek... Panzerkiste. Das ist ne Kiste mit Panzern drinnen. Das Prinzip davon ist eigentlich ganz simpel. Man besiegt alle Panzer pro Raum, um ein Level abzuschließen und muss es insgesamt bis Level 20, dem finalen Level, schaffen, während man alle 5 Level ein extra Leben bekommt. Panzerkiste ist auf jeden Fall mein Favorit aus WePlayers. WePlayers ist einfach ein ganz süßes kleines Spiel. Es ist außerdem absolut brutal und gnadenlos. Jeder Panzer im Spiel explodiert direkt nach einem einzigen Treffer, was auch auf den Spieler zutrifft. Die gegnerischen Panzer, welche anfangs noch wirklich nicht so klug sind, ändern im Laufe des Spiels ihre Farben und somit auch ihre Fähigkeiten. So gibt es irgendwann Panzer, die Minen legen können, unsichtbar werden, im Allgemeinen viel schlauer und aggressiver angreifen und das ist schon ziemlich fies, aber immer noch absolut machbar in meinen Augen. Ab Level 12 jedoch wird man den Teufel in Panzerform persönlich vorgeworfen. Die grünen Panzer. Diese haben schnelle Raketen, welche zweimal an Wände abprallen können, während die eigenen Schüsse maximal einmal abprallen können. Dazu planen die ihre Schüsse so dermaßen genau, dass diese Panzer der wortwörtliche Beweis dafür sind, dass künstliche Intelligenz uns irgendwann alle umbringen wird. Aber letzten Endes habt ihr es also geschafft. Ihr habt es bis Level 20 geschafft und habt somit die Panzerkiste vollendet. Es gibt nicht nur 20 Level. Es gibt 100. Nun habt ihr die Möglichkeit nochmal komplett von vorne zu beginnen, um Stufe 100 zu erreichen. Nein! Wii Play ist also ganz nett. In Anbetracht dessen, dass es einem wirklich nur demonstrieren soll, was die Wii Mode so theoretisch alles drauf hätte, besonders die Zeigerfunktion, ist es eine ganz nette Minispiel-Kollektion, aber nichts, was ich jetzt jemals wieder wirklich spielen wollen würde. Es ist eben ein Spiel, mit dem man nicht wirklich allzu viel Zeit verbracht hatte. Und dann gab es einen zweiten Teil. bei der Pubertblind ENDB Wierd T Vielen Dank.